Herzlich willkommen zu diesem Video. Du möchtest wissen, ab wann ein Imagefilm sich für dein Unternehmen lohnt? Dann bleib auf jeden Fall dran. Lass uns gerne schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist, wie immer, Nico Becker. Ich habe mir heute den Sahad Scharmer an meine Seite geholt. Ja, und wir werden heute ein bisschen über das Thema Imagefilme sprechen, beziehungsweise generell über das Thema, ab wann lohnt sich welche Werbung, ab wann solltest du im Marketing welche Investments tätigen. So, und da gibt es natürlich, gerade wenn man jetzt vielleicht in der Gründung ist oder das Unternehmen ist irgendwie ein, zwei Jahre alt oder sowas, gibt es ein Riesenmehr an Sachen, was man halt machen kann. Man kann sich teure Imagefilme produzieren lassen, man kann sich teure Webseiten produzieren lassen. Aber ich will heute quasi als Einleitung mal auf einen Punkt eingehen, einfach nur als Gedankenstütze quasi für dich. Und zwar, wir sind jetzt in 2024. Ich denke, also Mitte ungefähr ist jetzt August. Ich denke, jeder hat mitbekommen, dass der Markt so ein bisschen einfach unsicher geworden ist. Das heißt, Leute zögern ihre Kaufentscheidung hinaus. Leute treffen ihre Kaufentscheidung gar nicht mehr. Leute behalten das Geld bei sich. Und das bedeutet einfach nur für dich, für dein Marketing, dass du jetzt das Geld natürlich in dein Marketing shiften solltest, wo du am besten so schnell wie möglich Return on Invest hast. Also was heißt das? Einfache Übersetzung. Du musst halt schnell was für dein Geld bekommen und in dem Fall, am besten Fall Umsatz. Jetzt haben wir natürlich solche Sachen wie ein Imagefilm oder eine Webseite, die werden dir langfristig natürlich Geld bringen. Ich glaube, das ist erstmal klar. Aber du kannst es nicht so wirklich messen. Und du weißt auch nicht, ob das im nächsten Monat passieren wird und du weißt auch nicht, ob das im nächsten Jahr passieren wird. Man kann es einfach nicht messen. Und grundsätzlich wollen wir natürlich nicht sagen, dass Imagefilme irgendwie schlecht sind oder sowas in der Richtung. Da wird der Kollege später noch ein bisschen was zu sagen. Aber mir ist erstmal wichtig, dass du verstehst, okay, gerade jetzt in so einer Phase, wo halt wirklich, wie gesagt, die Leute ein bisschen unsicherer geworden sind, wo du vielleicht auch merkst, okay, es ist schwieriger, mein Produkt an den Mann zu bringen. Investier dein Geld auf jeden Fall noch in Marketing. Also das ist auf jeden Fall gesetzt. Also du darfst da nicht anfangen, jetzt irgendwie zu sparen. Aber investier dein Geld zum Beispiel in bezahlte Facebook-Anzeigen, zum Beispiel in bezahlte Google-Anzeigen. Also investier dein Geld auf jeden Fall irgendwo, wo du messen kannst und auch weißt, okay, ich kriege in den nächsten 30, 60, 90 Tagen hier Betrag X zurück. Und das ist eine Sache, die wir auch immer wieder mit unseren Kunden predigen. Also du kannst dir vorstellen, wir haben das mit Sicherheit auch in den Gesprächen tagtäglich. Kunde hat jetzt nochmal Summe X zur Verfügung und fragt uns denn als Marketingpartner, hey, soll ich das jetzt in meine Webseite investieren oder soll ich mir hier irgendeinen Film produzieren lassen oder sowas. Und die Antwort ist eigentlich tatsächlich immer, hey, du hast eine Maschine, die funktioniert, steck dir doch einfach mehr Geld rein. Also man sollte sowas, wie gesagt, Facebook-Marketing-Kampagnen oder bezahlte Werbeanzeigen auf jeder Plattform sollte man ausreizen, bis man halt keine Kapazität mehr hat oder nicht mehr wachsen möchte. Relativ simpel. So und dann kann man sich nachher überlegen, okay, will ich jetzt irgendwo nochmal mein Image aufpolieren oder will ich da draußen vielleicht noch ein bisschen hübschere Webseite haben. Aber es macht auf jeden Fall nicht Sinn, wenn man jetzt noch keine funktionierende Marketing-Kampagne hat, sowas vorzuschieben. So, das ist einfach, ja, verschenkt das Werbebudget. Okay, aber es geht beim Thema Imagebildung, Imagefilm natürlich auch ein bisschen kostengünstiger, da gibt es ein paar Alternativen. Wie gesagt, da wird der Kollege noch was zu sagen. Ja, bevor ich dazu komme, noch eine Sache. Ich persönlich habe auch manchmal das Gefühl, Imagefilme haben Ablaufdatum. Das muss ich mal so ehrlich sagen. Ich war letztens erst bei einem Partner auf einer Webseite und habe die mir angeschaut und da war ein Imagefilm von 2002 oder so immer noch drauf. Und das meine ich mit diesem Ablaufdatum. So ein Imagefilm kann ja eigentlich, so wie du gerade arbeitest, weil die Unternehmen sind halt ständig im Wandel. Wir haben auch nicht dasselbe jetzt gemacht, was wir vor fünf Jahren gemacht haben, mit denselben Leuten. Und jetzt ist das Ablaufdatum, dass es einfach sehr alt wirkt, dass das Unternehmen altmodisch wirken kann, wenn so ein älteres Video dort hinterlegt ist, wenn dort vielleicht Mitarbeiter noch draußen, die gar nicht mehr dort sind und so weiter und so fort, wenn du andere Bereiche mittlerweile machst. Und der Imagefilm bezieht sich nur auf diese älteren Sachen. Und deswegen muss man halt immer aufpassen, dass der auch so ein Evergreen ist, dass der auch für immer ist oder für die nächsten zehn Jahre, weil der kostet einiges. Also ich denke mal, in Deutschland zahlst du für so einen richtig guten Imagefilm, der so zwei Minuten geht, um die 20.000 bis 30.000. Schon, wenn die Schauspieler, alles mögliche, Kamerateam, da muss alles stimmen. Und da muss man halt vorsichtig sein. Das, was Nico schon gesagt hat, dass sich die Kosten auch irgendwie wieder rein investieren. Da auf jeden Fall Vorsicht und immer aktuell lassen und am besten welche Filme machen, wenn ihr welche macht, die immer aktuell sein werden. Das Zweite ist, wie kann man sowas kosten günstig, also eine Alternative. Also heutzutage bist du bestimmt schon oft durch Instagram, Facebook, TikTok, hast ein bisschen die Timeline sozusagen runtergescrollt. Und was dir bestimmt aufgefallen ist, dass das sehr, sehr viele Videos sind, die einfach mit dem Handy aufgenommen sind. Klar ist das jetzt nicht direkt ein Ersatz für einen Imagefilm, das will ich gar nicht sagen. Ich will aber daraus hinaus, dass du auch dein Unternehmen sehr, sehr einfach mit einem Handyvideo vorstellen kannst. Oder auch ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Mitarbeiter und so weiter. Also worauf ich hinaus will ist, nimm einfach mal das Handy, nimm gewisse Situationen auf, schalt die am besten als Ads und versuch damit noch Geld reinzuholen. Und schon hast du mehr Persönlichkeit auf deiner Webseite, vielleicht sogar, die kann man auch auf der Webseite einbauen, die kannst du als Ads benutzen. Und wenn der Mitarbeiter nicht mehr da ist oder das Thema nicht mehr aktuell ist, dann nimmst du einfach ganz schnell ein Neues auf. Das machen wir persönlich ziemlich oft. Wenn du mal eine Anzeige, eine Werbeanzeige, auch bezahlte Werbeanzeige von der A&M gesehen hast, hast du bestimmt mal unseren Geschäftsführer mal gesehen, der dir versucht, irgendwas zu erklären, der unsere Dienstleistung erklärt. Und das geht tatsächlich sehr, sehr viel einfacher. Und die Klickraten, also die Leute, die die Videos sehen und auch tatsächlich die Anzeige anklicken, sind deutlich höher bei so einer, bei so einem Handyaufnahme als so ein Imagefilm. Genaue Gründe will ich jetzt nicht darauf eingehen. Es ist einfach, glaube ich, dass, oder nicht nur glaube ich, es ist aktuell so, dass auf Instagram und auf TikTok und wie sie alle heißen, immer sehr, sehr viel perfekt scheint. Und so ein Film ist ja auch meistens immer perfekt. Der stellt dir dein Unternehmen sehr, sehr von den besten Seiten auf oder zeigt dir die besten Seiten auf. Und so ein persönliches Video ist halt einfach, dass es normal wirkt und als hätte es irgendjemand in deiner Freundesgruppe gepostet und da hältst du erst mal an, weil es nicht aussieht wie Werbung. Genau. Ja, ich würde sagen, ist erst mal ein runder Abschluss. Also die Quintessenz für dich soll auf jeden Fall sein. Imagefilme, Webseiten, alles, was in die Richtung geht, sind nice to have. Also vor allem, wenn sie halt wirklich teuer produziert sind. Kann man auf jeden Fall machen, aber das sollte jetzt nicht dein Fokus sein, um, wie gesagt, die nächste Schar an Kunden irgendwie anzuziehen. Man kann das machen, wenn man, wie gesagt, on top noch ein bisschen was machen will. Ja, on top auf jeden Fall. Aber es sollte jetzt nicht irgendwie der Mittelpunkt in deinem ganzen Marketing darstellen. Damit soll es das gewesen sein, würde ich sagen. Schaut euch auf jeden Fall die nächsten Videos hier auf unserem Kanal an. Wie gesagt, lasst uns ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald.